Ich hoffe, dass wir den Aufwärtstrend beibehalten können. Der ist deutlich erkennbar gewesen, finde ich, in den letzten Spielen. Läuferisch, körperlich, kämpferisch sind wir sehr präsent momentan. Und wir wollen das natürlich auch am Samstag gerne sein. Die Erinnerungen an den 19. Dezember sind natürlich noch da. Dieses Spiel, wo wir 1 zu 5 unter die Reha gekommen sind im DFB-Pokal, ist natürlich präsent. Deswegen müssen wir jetzt nicht darüber nachdenken, ob wir hier in irgendeine Favoritenrolle rutschen dürfen oder so etwas. Das ist natürlich ganz klar definiert. Borussia Dortmund ist eine absolute Spitzenmannschaft. Das haben sie gestern noch mal unter Beweis gestellt. Und deswegen wird es natürlich gerade in Dortmund besonders schwer. Aber wir werden alles versuchen, um zumindest eine viel bessere Partie abzuliefern als noch im Dezember. Also es überrascht mich, ganz ehrlich gesagt, wie das jetzt irgendwie diskutiert wird und warum das diskutiert wird. Für mich ist die Kommunikation und auch die Zusammenarbeit nach wie vor gut. Und es gibt insofern für mich auch überhaupt keine öffentliche Diskussion oder dergleichen. Also es ist gar keine Notwendigkeit. Wir haben in der letzten Woche die Jagd eröffnet auf die Euroleague-Plätze. Das ist mein Job, das ist mein Thema, nichts anderes. Ich mag ihn sehr. Ich mag ihn in seiner Art zu motivieren, in seiner Art der Ansprache. Ich finde, dass er ein richtiger Typ ist, der natürlich nicht nur Borussia Dortmund, sondern auch die Bundesliga immer wieder belebt. Auch mit seiner Frische, mit frechen Sprüchen und seinen guten Äußerungen. Absoluter Fachmann natürlich sowieso. Absoluter Fachmann. Absoluter Fachmann. Absoluter Fachmann. Absoluter Fachmann. Absoluter Fachmann.